Sehen, dass es sehr gut ist. Wer braucht inzwischen noch Aluminium? Keiner. Turtle ist am Ende. Das ist schön. Da ist nichts mehr drin. Jetzt habe ich natürlich kein Holzteil mitgenommen. Keine Axt. Ein Holzteil. Dann nennen wir es einfach Axt. Zwar gibt es im Nether jede Menge schöne Sachen, die explodieren, wenn man dran geht. Aber egal. Da muss ich jetzt hin und durch. Hä? Ach, da geht es weiter. Njum. Ich habe auch einen Wassereimer dabei. Das ist alles super. So. Und. Ich stehe in den Läufer. Hahaha. Hm. Wow. Dieses Teil ist scheiße gefährlich. So. Ich würde sagen, ich fange da oben an. Da unten ist das Home. Da ist ein Imp. Wie schön. Ich fange. Äh. Ja. Wo fange ich an? Wo gibt es schön viel Zeug? Ich fange genau hier an. Hier oben ist es safe. Hier kann ich schön meine Kisten hinstellen. Hier kommt da mal eine Turtle hin. Die stelle ich mit ein bisschen Lava aus. Gibt er. Äh. Was nehmen wir denn? Ja. Nehmen wir mal 25. Hallo. Egal. 25 ein. Und. Lassen die. Arbeiten. So. In der Zwischenzeit können wir ja ein bisschen. Da oben rumfliegen. Und gucken. Was es da so schönes gibt. Was gibt es hier oben? Quarz. Redstone. Boah. Das Redstone ist ziemlich viel. Hier. Aber so. Spitzdümmte Sachen. Gold. Salt. Iron Pig. Das ist ja sowas wie Steel. Er sagt Quarz. 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 Silver. Ferris. Na? Ach. Die sind noch nicht mal böse auf mich. Das ist ja sehr schön. Die Schweinemenschen. Die sind allerdings böse. Und hier kann ich durch. So. Hier oben haben wir. Aua. Achso. Das sind Dornen. Ja. Man sollte lesen können. Hm. Was machen wir jetzt? Das Ding arbeitet schön. Ich glaube ich hole mir ein bisschen Glowstone. So. Wow. Keine so gute Idee. Hol es dir. Kein Fleisch essen. Das wäre jetzt ziemlich bescheuert. Was haben wir denn hier? Salpeter. Iron Ore. Glied Ore. Können die mal was vernünftiges hier nehmen? Nicht sowas Gold. Ach. Sowas zum Beispiel hier. Salpeter. Was gibt's denn? Hier. Kupfer. Das war vielleicht keine so gute Idee. Egal. Sowas zum Beispiel. Super. Wo war ich gerade? Ach ne. Scheiß Geist. Was willst du von mir? Komm her. Aua. Äh. Okay. Ich würde sagen. Was können wir hier drinnen denn noch bergen? Lead Ore Me to Light. Gibt es jede Menge. Jede. Es gibt hier sogar Pilze. Okay. Hier ist nicht sehr viel. Schade. Sehr schade. Nether Gold. Nether Silver. Oh. Was macht denn die Kohle? Hallo? Ich hasse das. Alles sind Geräusche. Irgendwann explodiert da wieder was. Aua. Aua. Wie gefährlich sind die denn? Vor allem, wie kann ich die umgehen? Wo kommen die her? Ich habe jetzt nur noch fast sehr wenig Leben. Wer mit dem Apfel. Der Apfel dieses Glücks. Ich hätte mir vielleicht ein paar OP-Äpfel mit einem packen sollen. Oh. Was sind denn das da unten? Hetzkasp. Ich glaube, ich hätte mir vielleicht irgendwas zum unterstellen suchen sollen wegen den bösen Geistern hier. Boah, wie viel ich essen muss. Okay. Die greife ich lieber nicht an. Nein, 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 nein. Nein, nein. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Äh. Ich baue mich, glaube ich, glaube ich, erst mal ein. So, ganz banal. Und zwar richtig schön hier oben drauf, da verbrauche ich allerdings noch ein bisschen was. Was sind das für Hellfische. Was sind das für Hellfische? Was sind das für Hellfische? Ich habe Angst. Ich habe im Nether Angst. So. Oh mein Gott. Nein! Und ich habe keins zu essen mehr. Was soll ich nun machen? Okay, ich würde sagen, ich höre jetzt an dieser Stelle auf und lasse das Ganze weiterlaufen. Denn wenn ich mich jetzt nicht bewege, verliere ich ja auch nicht so viel Essen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Erstmal strecken. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020